hallo und willkommen zurück zu einem neuen video und ja wie ihr seht spielen wir wieder mal ein neues horror-game warning des game contains flashing lights and loud noises aber ich glaube das ding ist einfach lauter als ich habe es ja oh mein gott das ist fast genauso laut wie ich stell es mal für euch ein bisschen leiser ja ich probiere das heute mal für euch ein bisschen andersrum und zwar nehme ich das jetzt direkt mit meiner kamera auf und nicht mit einer app aus dem grund da sich die irgendwie niemals mit den spielen verträgt aber ich wollte natürlich auch die fans game action bieten also mache ich es eben so gut wir spielen dem mercury ist es sind ein spiel welches ich war gesehen habe und unbedingt auch mal zocken wollte es soll wirklich sehr gruselig sein also ich hoffe mal es gibt es schöne jumpscares ich würde sagen ich brauche nicht lange wir gehen einfach rein es fällt langsam aus ich hoffe man sieht mich überhaupt ja Es war einfach so... wirklich verrückt. Also, ein paar Sachen fällt auf. Das ist nicht so großartig. Nein, ich weiß, es war nicht sogar meine Schuld, aber er hat mich nach Hause nachher. Ich bin wirklich Angst. Er sollte heute finalisieren. Und er sagte, er würde, oder? Ja. Also, das ist eine gute Sache. Ja, ich fühle mich einfach nicht, wie er es meinte. Er sagte es, um mich aus dem Geburtstag zu holen. Warte einen Moment, ich habe noch einen Telefon. Hallo? Hey, Rebecca. Es ist Raymond. Oh, hallo, Herr Delver. Schau, wenn ich heute etwas falsch mache, einfach... Nein, nein. Ich wollte mich entschuldigen. Du hast einen fantastischen Job gemacht. Ich fühle mich einfach nicht zu gut. Das ist eigentlich nicht so, warum ich bin. Ich weiß, es ist late, aber wir haben nur drei neue Kedavere. Und niemand kann es in den Moment. Ich habe mir gedacht, dass du in und sie sich ausführen kannst. Ja, aber... ja. Bist du sicher? Ich meine, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du bist mir sehr gut. Du bist mir sehr gut. Du bist mir sehr gut. Ich habe die resten von Ihren On-Boarding. Wir sind alles fertig. Und Ihre neue Badge ist in Ihren Personal Belongings drawer in der Backroom. Das ist großartig. Danke. Ich bin auf meinem Weg jetzt. Ich hoffe, du fühle mich besser. Danke. Ich sehe dich morgen. Tschüss. Tschüss. Holy shit. Das war er. Er hat mich aufgesagt. Er braucht mich heute Abend kommen. Siehst du? Ich habe dir gesagt, es war gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich muss jetzt gehen. Wie jetzt. Ich spreche mit dir später. Woher sind meine Schlüsse? Woher sind meine Schlüsse? Nein, interessant zu sein. Aber wir haben schon wieder Motion Blur hier drin. Oh, ich hasse das. Hm. 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 Ansonsten. Oh, was ist das denn? Eine Seite? Kannst du heute? Okay, mal gucken. Äh. Einfach mal runterstellen. Aufgrund dessen. Das ist nicht. Bisschen bleibt. Oh, das wäre schon gleich viel besser. Ah, schön. Also, wir sollen jetzt in die Leichenhalle gehen. Und wir suchen unsere Schlüsse. Hey. Also, ich kann die nirgendwo finden. Ich habe überall gesucht. Ähm. Okay, gut. Was ist hier? Badezimmer. Wo sind meine Schlüsse? Gott, wir haben uns verloren. Ja, komm. Hä? Wo sind meine Schlüsse? Gott, ich kenne die Schlüsse. Hä? Hä? Willst du die jetzt... Hä? Die waren doch... Wollt ihr mich grad verarschen? Die Schlüssel wandern? Hier wir gehen. Äh. 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 Okay. Okay. Oh Gott, dieses Geräusch von dem Regen. Okay, ich hoffe, man sieht mich zumindest noch. Äh. Äh. Ich... Oh, der hat zumindest eine Kaffeemaschine. Das ist doch schon mal gut. Kannst du hier auch wieder zumachen? Ja, ja. Oh, ja. Dieses Regengeräusch. Hört ihr das? Oh, das ist doch echt schön. Okay. Ich glaube, ich gehe nach hinten und starte. Ja. Würde ich auch sagen, ne? NCL. Rebecca. Rebecca, danke für dein kurzes Kommen. Äh. Der Körper, den du einbalsamieren solltest, ist im Al-Balsamir-Room. Ähm. Danach bitte wieder in den Kaltraum. Ich habe dir einen Key da gelassen. Raymond. Okay. Gut. Schwer mir jetzt natürlich eine Leiche allersamieren. Das wird sehr spaßig, glaube ich... Äh... Ein Schlüssel hier irgendwo. Da. Im obersten Storage, hat er gesagt, ne? Da ist er. Gut. Ist ja gut. Quick Inventory. You can attempt to use items at any time. Access Quick Inventory. Choose the item you wish to use. Ah, ja. Okay. er kennt 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 er eine alte fuse nur okay gut wenn wir noch ein bisschen wird's calculator berechnet das okay schickes bad immer diese klopapierrotter also wirklich sehr düster hier drin aber sehr schnick ich werde sich bitte anlassen dankeschön gut hello der da sieht jetzt ist das aus hier hallo sör oder madame oder was weiß ich wieso wird die musik dazu merkwürdig sie soll ich allbei sammieren ja okay dann machen wir das doch mal gut stehen hier irgendwelche infos kann irgendwas machen kann ich er war wahrscheinlich fertig so wie hießen sieben der ist leer ist auch leer wahrscheinlich bei den namen gut irgendwie drehen ja irgendwie schon aber nur sehr langsam wieso habe ich das gefühl dass er aufsteht und mich anguckt alter so ist ja gut das geräusch gerade wenn mit ihnen gute nacht wird jetzt geschlafen gut hi du auch hier ich habe nur ein freund gerade weggebracht verschwende hau ab ja lass das licht an eh mal diese stalker so oh gott ich muss die alte frau machen ja gut dann nehmen wir mal die alte frau mit der bede bede kommen sie her kommen sie mit so rüber kommen sie ran machen wir natürlich auch zu kommen sie mit alle dame sie kriegen heute ihre schönheits op wussten sie das können sie sich schon mal darauf freuen mein guter ist lange so schauen wir doch mal was wir machen müssen genau alter was hast du ja wo ist es denn wo ist es denn gelassen so lässt sich mal untersuchen also was hast du das da so mal okay es sieht nicht so nett aus dann hast du hier noch ein pickel okay was im gesicht gut gucken wir mal schauen wir uns die hand an nichts auffälliges ja ich verfärbt alles ja wobei da war was ne doch nicht okay gut hast du was an den füßen da hast du einen einstich oder was das ist sehr schrutzige fußnägel das nutiere ich mir natürlich auch so was an der anderen hand warte mal kratzer okay allgemeine oberkörper hattest du nichts mehr noch mehr kratzer okay hast du noch was am kopf guck mich jetzt bitte nicht an ja okay da hast du mir gerne das weg guckst danke weil sie dreht sich eh wieder zurück okay gut dann tragen wir das noch mal ein h89 war die oh das ist ein gutes aber right arm da hat die nichts sie hat am kopf hat sie ein loch an der rechten schulter eine konfusion am rechten bein auch an der linken schulter hat sie ihn keine ahnung was blicken armen hat sie für sowas klopft muss die was haben irgendwas klopft hier alles gut das war wahrscheinlich absicht hören sie mal auf alter die hatte ich schon ne am fuß am fuß ah 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 ja gut dann packen wir es bringen dass man nach vorne sie bleiben hier ja sie bleiben da sind da bleib da wer okay einbalsamieren wie geht das wenn ich fragen darf wie geht einbalsamieren ich brauche da irgendwas für die frage ist was was steht denn da drauf droppen will ich das nicht irgendwas lesen mit dem bengflut okay so also gut herrall jägenwärts und meter null gut also meter null nein 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 das brauche ich und mutter aha ist ja gut mensch ist ja gut dann war immer guter irgendwas konnte auch rein dann war miktar und formelüde um meg irgendwas und formelüde ich brauche ich also und miktar miktar tanklieder hier kriegt den miktar herr miktar da habe ich dich gut und jetzt die maschine an oder wie läuft das clipboards make an incision in the cart with a trigger with a scape and fork irgendwas i don't know wie das gehen soll wir machen die maschine an der punkt das hier hin oder brauchst du ein bag ich kann das hier hin ach so ich muss erst aufschneiden aha ich kann das hier hin ich kann das hier hin nein 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 ich habe meine maus weggeschmissen ich habe meine maus weggeschmissen ich habe meine maus weggeschmissen Madame was ist da bitte nehmen sie den finger runter oh nein oh nein ich habe es wirst dann um das ist nicht gut und das ist ja es gern was er selbst zu Oh, nein. Das Lüster wird immer lauter. Hallo. So. Ich versuche, mich schon nicht zu erschrecken. So, Madame. Jetzt sagen sie mal. Aha, da geht es jetzt. Ich kann das hier nicht nutzen. 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 Hi, du bist es wieder. Ich, ja, ich wollte dir nicht wehtun, nein. Das war nur für meinen Job, weißt du? Du kannst mir... Ey. Oh nein. Hallo. Lass mich raus. The Flash of Fire, the Flash will hate the coming of my house. Hi. Ja, ich komm zu dir. Was zur Hölle? Nein! Ich gehe nicht! Hey, Jo, bitte! Nein! Nein! Hä? Was? W-what? Sie haben einen erhöhten für dich, also das sind jetzt 300mg. Uh, lass mich wissen, ob ihr Fragen habt, okay? Ja. Danke. Danke. Ich mag dich so viel. Ich will nicht mehr über nichts mehr. Ich will nicht hier ohne dich sein. Bitte, nur... Ich liebe dich. Okay. What the heck? Nobody! Get me out of here! They're gonna... They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Let me out! Alter, was ist das für ein G- Game! Oh! Alter, was geht hier ab? Was zur Hölle? Ah, die Ome ist wieder da. Moin! Wer sind Sie? Wollen Sie mir bei der Arbeit zuschauen? Hm? Also... Sie brauchen sich nicht als Statue zu tarnen. Ich- ich weiß, dass Sie da sind. Möchten Sie vielleicht gehen? Möchten Sie vielleicht gehen? Dankeschön. Hehehehe. Ah, wie geil. Ah... Hier, da ganz ruhig sah es. Ah, Mensch. Gut. So, wo waren wir, Omi? Hm? Okay. Ja, 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 ja. Das ist nicht alles. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Das ist nicht, was ich eigentlich machen dafür. Clamp tuning to both ways and connect– Clamp... ...tumming. Was? Clamp tuning to both ways and connect– ...and build the trink pump. Ähhh... Okay. Kannst du mal aufhören, dich zu verstecken? Dankeschön! Hau ab. Kleine Spinner, ey. Wie kriege ich denn die Pumpe da dran? Wie hat sie versucht, das hätte ich zu verstecken, Alter? Äh, Tank Rain Solution in Tank Rain. Was hast du denn noch? Okay, Leute, ich habe mich mal ganz schlau gemacht. Äh, ich habe es jetzt gefunden. Äh, bei den Tubings meinen die die Teile da. Dass ich da mal rankommen würde. Ah, nicht die, die hier. Dann, dann droppe es. Och, vorleid, Alter. Meine Güte. Dankeschön. Hi. Lass das Licht an. Gut, ich bin genervt. So, hier, äh, okay. Ich bin mir, okay. ich bin hier. Oh, mein Gott. Oh, oh, Schöne Sache, lecker. Pumpst sie leer, alter. ruf tipps in klaus irgendwas die ja machen wir mal natürlich ne so kam er ja raus raus weg äh füllen mt tv wird kräftig gut oder das haben wir doch vorher gemacht ja dann in zettel karen zu der abdomelle abdomeinale ging es okay Prozent okay Also wir füllen jetzt Körper und Flüssigkeit. Hör auf! Dankeschön. So, was jetzt? Dr. Poor Pump Cleaner in der Cleaner drin. Achso, Pumpenreiniger. Hätte auch was gesehen. Hier. Ja, Tank Cleaner. Ey. Jetzt mal bitte das Fenster unten. Gollum. Das ist es. Böse Gollum. Ich nehm Gollum, weil der so aussah wie Gollum, Alter. Ach, Mensch. Gut. Gut, dann bringen wir dich mal zurück zum kalten Stowage, ne? Madame. Die Tür ist öfter. Die vier Zeilen haben meine Wunsch. Die Halle von Satan echoen meine Reiter. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Ich bin hier. Die Leute ist weg. Hey. Mach das Licht wieder an. Wieso muss unsere alte Dame vom Leben besitzen sein? Mach das Licht wieder an. Ich beare noch mehr. Ich zufere keine Bündnis, aber diese roten, wege, Blöse auf mich. Schau an mich! Schau an diese pittvolle Flasche, ich bin für dich. Ehhhhhhhhh. Ehhhhhhhhhh. Er ist ja nicht mehr mein. Ja ist ja gut! Ich hab verstanden! Ah! Ich habe meinen Preis. Du hast einen Preis, ja... ...mich? Hello there! Gondon, bist du's? Wieso hast du die alte Frau genommen? Ah, komm, danke! Scare! Alter! Coming Spring 2022! Boah! Aber so wie alles andere war das auch nur eine Demo! Andererseits bin ich froh, dass es gerade zu Ende ist! Gut! Würde ich sagen... Danke, dass ihr eingeschalten habt! Macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal, wenn's wieder heißt! Eine neue Horror-Folge! Bye-bye! Bye. Bis zum nächsten Mal. I want's bein! I want's bein! No. W I want's bein! Bis zum nächsten Mal.